Hallo Leute und willkommen zu einem, wie ihr seht, neues Spiel, neues Let's Play und zwar Fighting Force 64 für den, äh, für die Nintendo 64, natürlich spiele ich es mit einem Emulator. Ja, das Spiel ist von Core, äh, Beat'em up, Spiel, Actionspiel eigentlich so rumlaufen, klopfen und so, ziemlich cooles Spiel eigentlich. Ja, ihr wundert euch jetzt, äh, gut, dann kann man da den Soundreiser machen. Ja, kann man, ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich in letzter Zeit so eher nur so kleine Spiele spiele, nichts Großes, nichts Besonderes und so. Ja, das liegt daran, ähm, ihr wisst, ist ja mein Internet ziemlich schlecht, es dauert ewig Sachen hochzuladen und die größten Spiele, ich wollte eigentlich Let's Play von Serious Sam machen. Upsa, ich hab damit auch angefangen, aber das ist so unglaublich groß, äh, Video hochzuladen über den Gig oder so, für 15 Minuten. Und das dauert bei mir einfach ewig und das ist scheiße. Und da mein Laptop irgendwie manchmal einen Hänger hat, wenn ich, irgendwie, wenn ich zu lange stehen lasse und der Bildschirm schwarz wird, dann hängt sich der komplette Laptop auf, irgendwie, und deswegen, ach, geh, ist das alles scheiße, was zum Teufel. Ja, was ist denn jetzt los? Start, was ist beim Start? So. Okay, ich würd sagen, wir legen los, aber ich denke mal, jetzt ist da kein Ton mehr. Tun wir mal kurz zurücksetzen, so. Gut, ja, ähm, ich schau mal, ich würd demnächst bestimmt auch wieder anfangen, richtige Spiele zu spielen. Ich hab mir auch schon so ein paar angeguckt, das Serious Sam ist echt zu groß, aber, hm, mal gucken, was da jetzt so abgeht. Also nochmal, das Spiel ist von Core. Ich glaub, da hab damals Tomb Raider 1 und so nicht auch Core gemacht. Naja. Nochmal, Fighting Quads gab's auch für die PS1, da hieß es dann ohne 64. Halt, warte mal. So. Okay. So, dann geht das jetzt los. Ja, wir haben vier Leute zum Ausfall. Alana, Hawk, Mace und Smasher. Aber ich nehme immer, aber ich nehme immer, Ne, 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 ne. Ja. Ja, der erste Level 1.1, Car Park. Hier sehen wir, ach, schön sieht das hier aus. Ich weiß gar nicht, was es in dem Spiel genau geht. Man ist da jetzt und... Klopft sich. Nochmal, Car Park. So, jetzt hier. Komm schon. Pass mal. Ja, so ist das Spiel. Man klopft sich hier durch die Mengen, aber das Coole ist, hier gibt's mega viele Waffen und so, die man auch haben kann. Wie blockt man hier eigentlich? Ich muss noch mal kurz was umstellen. Controller hier. So, damit ihr das auch seht. Ich hab ja eigentlich, das war Rennen. Dann mach mir das mal auf STRG. Ne, geht nicht. Dann ändern wir das nochmal. Auf G wird schon benutzt. Ah, fuck you. Warte, fuck. Ach, scheiß auf die Taste. Die ist, glaube ich, unwichtig. So, jetzt ist es auf Shift. Genau. So. Klopfen wir mal das Teil hier kaputt. Da kommt nämlich ein Schild so aus. Ich hab das Spiel, also, ihr seht ihr, ich kenn mich in dem Spiel schon aus und so. Ich hab das sehr oft daraus gespielt. Sehr, sehr. Dass ich klein war. Mit nem Kumpel, das war nämlich cool, man konnte das per... ähm, im Multiplayer zusammen durchzocken. Ich hab das sehr oft mit nem Kumpel nur zusammen gespielt. War ziemlich cool und so. Ups, ah, das war jetzt... äh... äh, äh. So. So wollte ich das doch haben. So, ihr seht, schöne Waffen gibt's hier. Schlechte Feuereffekte. Alles ist dabei. Leer die Munition, Pistole, 5 Schuss. Kommt uns da so ein Transporter entgegen? So, hallo Leute. Ja, das Spiel war ab 18. Kick. Huja. Ja, mein Leben, mein Leben hat hier einen Bug und man sieht es nicht mehr, voll cool. Hier ein Kristall. So, klopfen das Teil kaputt, mal schauen, was da rauskommt. Geht es noch weiter kaputt? Ey, schon ein Problem mit mir. Was war eigentlich Auto-Safe? F4 oder F5? F5, okay. So. Jetzt versuchen wir mal von den Typen hier wegzukommen, bis wir... Oh. Genau. Oh. So, jetzt komm her. So, du Reudige, du. Ja. So, ich versuch's mal auf mich zu drehen. Das ist mein Leben, ich hab aber vieles. Bombe! Sie kommt gleich zu den Fetten, ne, doch nicht. Ah, doch, da ist der Fette. Viel, sehr gut. Und gib mir deine Waffe. Oder auch nicht. Ah, die Waffe gefällt mir schon besser. Dum 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 dum. Wegrennen. Bam. Ich hule, klar, der Fettsack. Juhu. Oh. Dann spürst du jetzt. Aua. Oh, oh. Ah, Hilfe. Bam. So gehört sich das. Und hier frisst du freudige Sorge. Ja, den ersten Level haben wir geschafft. Und super geil. Und am besten gesagt, 1.1. Jetzt kommt Reception. 1.2. Ja, man sieht's, die Leben füllt sich da nicht wieder auf. Das ist nämlich das Schwierige am Spiel. Ja, ihr seht, hier gibt's keine, auch keine besonderen Kombos von anderen Attacken oder so. Zumindest würde ich die nicht kennen. Ne, da gab's keinen Kombos. Es war einfach nur, haja, das und das. Zu faust, so. Ey, hör mal auf. Du, 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 du. So. Bist du dumm, oder? Hier gibt's Leben. Aber geh mich nicht auf den Sand. Ja, genau. Jetzt lass mich mal eine Wunde trinken, ich brauch Leben. Ah, jetzt hab ich aus der Seine zweimal geschossen. Ich frag mich, wie mir noch blockt eigentlich. Keine Ahnung. Ja, wir brauchen schon blocken. Das ist unwichtig. Spanner heißt der. Ja, Spanner, ey. Was zum Teufel. Da gab's doch so eine Mega-Ultra-Attacke, was einen nebenabgezogen hat, auch. Einer von denen müsste eigentlich noch eine Knarre haben. Liegt auch irgendwo eine Granate, soweit ich weiß. Oh, das ist die Kräuter. So, jetzt müssen wir hier weg. Ah, das hat er nicht erwischt. Heißt der Hotdog? Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der heißt Hotdog. Ich fass es nicht. Strang. Ey, strang. Komm in der Hand. So. Oh. Oh. Da sind wieder mehrere. J. Autsch. J. J. So, jetzt kommt mal her. Jungs. Hier ist voller Fighting Force hier. Meine Leben. Verpiss dich. Ich trage mal so ein bisschen alles. Mal gucken, was da so kommt. Nichts. Das gibt, glaube ich, auch Leben. Eine Stange. Das sieht doch mal schön aus. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah. Oh, jetzt ist die Waffe kaputt. Ja, ihr seht, die haben hier an dem Spiel an... ... viele Sachen gedacht, wie... ...Sachen gehen kaputt. ... und keine Ahnung mehr. Ha. Hallo, Ha. Oh. Kann ich mal aufhören, mich zu hauen? Hey, Leute, am Mond dreht man nicht. Aua. Ja, ihr seht, die Gegner haben hier irgendwie mehr drauf auf mir... ... als hier machen wir so voll die Kombos und so. So, lifts. So, lifts. Level 1.3. Warum habe ich zu Beginn eine Waffe? Sparen wir uns, wenn irgendwie starke Gegner kommen. Oh. Ich muss mal mit dem Base-Buschläger. Danke für die Waffe. Wow, jetzt hier und voll auf die Fassung. Bam. Und ja, und ja, und ja, und ja, komm her. Das Maul jetzt mal verpiss dich. So, gib mir hier die Stange, komm. So, wer kommt denn da an? Aua. Jay wieder. Hey, Jay, hier oft ist es... ... ich bin jetzt Flicks-Geschwister. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Verpiss dich. Verpiss dich. So, hier ist eine wunderbare Waffe drin. Hallo, wunderbare Waffe. Okay, keine wunderbare Waffe. Scheiße, leben wir schon. Dann versuchen wir das Teil... Aua. Da. Habt ihr die Move gesehen? Das ist der Move, der... ... den ich euch vorhin erzählt habe. Was mir selber auch was abzieht. So. Die Axt, einer der stärksten Waffen. Na, Kampfwaffen zumindest. Wie ihr seht, da kippen die schon ab. So. Na, wer ist der Nächste? Na, kommt. Ihr dürft alle mal ran. Ah, ich glaube, die ist kaputt. Ich will eben arm, die Typen, überhaupt. Ihr seht, so viel Schaden macht das ungefähr. Jetzt verpisst euch mal. Gut. Und wenn ihr so weitermacht, nämlich einfach die Pistole und dann habt ihr nichts mehr zu lachen. Eels. Jetzt lass mich doch mal die Waffe aufgeben, ey. Eie, Glanzang. Seid mir Wurfführer, Leute. Da, mit Schmackes. Ich glaube, jetzt kommt gleich der Fettsack. Zeig doch. Waffe zwei Fettsäcke. Ich hab doch gewusst, ich sollte die Waffe absparen, hä? Noch nicht fertig? Oh, noch was. Ah, ja, wir müssen die. Mein Level ist fertig. So, Korridor. Level 1.4. Uh, da kommt auch... Ah, das ist richtig gay da nachher. Gleich mal abspeichern. Ey, verpisst dich einfach. So, verrengt, so. Stirb einfach. Ah, das ist ein Knall. Dann würde ich mal sagen... Wo bist du denn? Bitteschön. Hab ich gerne getan. Ah, da ist schon noch eine Waffe. Lass die Waffe schön an. Mein Freund. Die Waffe sieht ganz anders aus als... ...die anderen. Oh, was war das? Hey, mein Freund. Was ist denn los mit euch? Ja, bei den Fettzeugen muss man aufpassen. Die sind strong. Jetzt verpisst du dich mal. Nein, nehm die Waffe auf. Nein. Das ist jetzt kacke. Zeng's Office. Da ist nämlich ein böser Kerl drin mit richtig bösen Nutten mit drin. Oh, das war... Bin ich hier der Böse oder... Ich mein, wenn das hier Bullen alles sind. Zeng's Office, ne? Ja, ich dachte, die sind aber mal stärker. Oh, da kommen da noch mehr. Ja, genau. Da kommen noch mehr von uns. Ja, genau. Hau da, Letty. Gina. Gina, du kleine Nutte. Das ist das, was ich meinte. Diese kleinen Fotzen hier, die sind sehr böse. Da müssen wir mit Antriebe drin. Okay, einen weg. Heideleu. Stirb einfach. Dumme. Warte, dumme. Ihr. Warm. Schlampe. Essen. Oh, noch mehr. Eve. Oh, ja. Schön, nimm mal noch mal. Ich hasse diese Weiber. Ich bin so star. Was sind das? Martin. Bleach. Gott, das will. Ganz. Ich hasse diesen Level. Bam. Aufs Maul. Jetzt. Nein. Eve ist tot, glaube ich. Ja. Hey, da kommen ja noch. Seid ihr blöder. Was? So, jetzt komm schon. Und los. Hier und hier. Stammeln. Fack den. Was manch. Randehuche. So, jetzt komm. Ah, Mann. Die blocken die ganze Zeit. Okay. Aua. Blöd. Tut doch weh. So, hier. Ich bin der Chef. Was kann ich für euch tun? Na, hier. Aua. Was soll die Scheiße? So, ja. Hey, ich bin der Chef. Was kann ich für sie tun? Komm schon. Bisschen. Nutel. Ja, wie viele denn noch? Angel. It's like an Angel. Aua. Alter, aber wie viele, ey. Ist das denn? Oh, ein Gino schon. Nein. Nutel. Das hat aber viele von diesen Nutzen. Jetzt lass mich doch mal schlagen, ey. Heile nach. Zack. Back. Klar, du bist auch back. So, wie kann man nur backheißen? Als Frau. Naja. Ja. High Streets. Level 2.1. Wie viel Leben hab ich jetzt eigentlich? Hab ich wieder voll? Brotes. Hehehe. Ich würd das gern mal ne... Aua. Das tut doch weh. Sammelt sein. Ich weiß einfach nicht, wie viele Leben ich jetzt hab. Oh. Hey, du Gesichtskollasch. Geh weg, du schwarzer Mann. Ich würd's jetzt halt mal gern wissen, wie viele Leben ich noch hab. Das ist so scheiß, mein Immunator. Pack das da vor. Jetzt kommt gleich noch so ein Heli nachher. Läh, kein Bock drauf. So, lauf mir mal weiter. Okay. Danke für die Pistole, mein Freund. Wer will als erstes ran? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Leben auch. Oh, 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 oh. Mein Leben scheint sehr wenig zu sein, wenn ich das jetzt hier grad richtig erkannt habe und das mein Leben sein soll. Oh, dat Messer. Oh, oh, oh. Da ist Leben. Da ist Leben. Gut. Ja, ich seh mein Leben wieder. Verpisst dich, du, da hinten. Sag mal, du kriegst noch deinen auf die Schnauze. Ich will doch mal, du kriegst noch. Der verprügelt mich. Einfach. Einfach so. Ah, jetzt kommt der. Hey, jetzt kommt der. Wie scheiße das aus. Oh, oh. Ist der Helikopter weg? Kann ich wieder raus? Warum für Fall? Warum hauen mich eigentlich alle hier? Messer ist auch stark hier. Komm her. Ich glaub, die Waffe kann man auch nicht locken. Die andere Hilfe. Die wäre eigentlich auch voll unlogisch. Ich mein, wie kann man einfach so mal... Geh jetzt weg von mir. Oh, du Fick. Fehler. Was war das, Alter? Ich erkenne gar nichts. Ach, ich hatte eine Flasche. Ah, verprügelt mich nicht. Gott, da kommen immer mehr und mehr. Ich darf nicht sterben. Speichern wir noch. Hier. So, jetzt. Ah, du Wichskopf. Die ducken sich. Warum ducken die sich? Was soll's dir bringen, dich zu ducken? Ich spring schon nicht über dich drüber. Keine Angst. Keine Chance gegen mich. Oh, Gott. Kommt schon. Lasst mich doch mal in Frieden. Oh, tot. Äh, wenn das... So, jetzt, jetzt. Mach mir weiter. Ich darf hier nämlich kaum sehr... Ich darf hier nur sehr selten sterben, weil sonst hab ich das Spiel verkackt. Ich muss sehr gut anpassen. Och, und der Ton ist wieder weg. Das ist ja super. So, dann würde ich mal sagen, wir machen das jetzt hier. Wir töten die. Das ist jetzt dumm. Ich hasse es, ohne Ton zu spielen. Ja, das sind immer diese dummen Bugs bei diesen scheiß Emulatoren hier. So, jetzt, komm. Stirb einfach. Genau. So. Ich würd sagen, ich speichere jetzt hier. Das ist jetzt eh doof, so zu spielen. Was kommt denn da? Warum hat die Kamera da hin? Ah. Ja, komm. Die müssen wir ja wohl dann noch erledigen, bevor die uns hier noch was antun. So, aufpassen. Aufpassen. Nelson. So. Wow. Ah, du hast einen Vogel. Wie mach ich hier eigentlich Pause? Enter. Genau. So. Wir speichern jetzt ab. Wo macht man das? Spielstand speichern. Wie mach ich da so einen richtigen Speicherstand? Ist das jetzt hier? Spielstand speichern. Laden F7. Speicherblock. Die S-Knopf. Lassen wir mal, was ist Speicherblock? Oh, Gott. Die S-Knopf. Lassen wir mal, was ist Speicherblock? Oh, Gott. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.